Sind Frauenstimmen als Sprecher eigentlich geeignet oder nicht? Darum geht es hier in diesem Video. Ich habe oft Beratungsgespräche mit Damen, die mich danach fragen, hey Patrick, Frauenstimmen, sind die eigentlich überhaupt so gewollt? Und ich habe mich oft gefragt, wie kommt man eigentlich darauf? Wie kann man annehmen, dass Frauenstimmen nicht gebraucht würden in dieser Sprecher- und Hörbuch- und Werbungswelt? Und das Spannende hierbei ist, wenn man an einen Sprecher denkt oder an eine Werbung, woran denkt man? Natürlich an die prominentesten Werbetreibenden der Welt. Das sind Coca-Cola, McDonalds, alles, was man so im Fernsehen sieht. Und woran denkt man da? An Männerstimmen. Männerstimmen sind diejenigen, die tatsächlich auch im Kopf bleiben und die statistisch und wissenschaftlich bewiesen auch eher auffallen. Und das ist mitunter einer der Gründe, warum sich die meisten Leute, wenn sie an den Sprecherjob denken, eher an Männerstimmen erinnern als an Frauenstimmen. Faktisch ist es allerdings so, dass Frauenstimmen genauso gebraucht werden wie Männerstimmen. Ich meine, denk mal drüber nach. Warum sollten Männer eher was sprechen als Frauen? Versuch mal aktiv darauf zu achten, bei den ganzen Werbungen, die du von nun an hörst, spricht das ein Mann oder eine Frau. Sei es im Radio, Fernsehen, Kino, im Internet, vollkommen egal. Und ich werde dir sagen, du wirst es ungefähr 50-50 hören. Es gibt nicht das eine oder das andere, was mehr von Männern oder Frauen gesprochen wird. Es gibt Shampoo-Werbungen, Alpecin, Duo, Total. Das wird von Männern gesprochen, falls es dieses Modell überhaupt gibt, ist aber auch vollkommen egal. Und es gibt das neue Garnier-So-und-So-Shampoo und es wird von Frauen gesprochen. Es gibt Werbungen für Fitness bei McFit. Das neue McFit-Abo für nur 20 Euro, das spricht ein Mann. Es gibt aber auch von einer Teilnehmerin von uns zum Beispiel eine Werbung vom McFit, die auf Instagram und YouTube und was er sich ausgestrahlt wird, die spricht eine Frau, diese Werbung. Ja, es gibt auch Werbungen für, naja, OB-Darmprodukte, was zum Beispiel die Christina Denk aus München, auch eine Teilnehmerin von uns, aktuell spricht. Ja, das Ding wird ausgestrahlt ohne Ende. Das sprechen Frauen, das spricht ja wohl kein Mann. Und dementsprechend Männer und Frauen, die stimmen, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Ja, also Männerstimmen bleiben eher im Kopf, weil die sind ja, wenn sie tief sind, einfach angenehm. Ja, und die Stimmen hört man raus. Garantiert kennst du aber auch du Frauenstimmen, die sich gut anhören, die du von Filmen kennst, von Serien kennst, die dir im Kopf geblieben sind. Ja, also ja, um es kurz zu machen, Frauenstimmen werden genauso gebraucht wie Männerstimmen. Frauenstimmen können genauso Kinderbücher einsprechen wie Männerstimmen. Frauenstimmen können genauso Business-Sachen vorlesen wie Männer. Im Grunde macht es gar keinen Unterschied. thematisch gesehen macht es natürlich einen Unterschied, weil, wie ich es eben schon gesagt habe, so eine Werbung für irgendwelche Damenprodukte sprechen Frauen. Werbung für den neuen Gillette Fusion Powerglide sprechen Männer. Aber es gibt genauso für Frauen, genauso für Männer genügend Produkte, für Frauen ja sogar noch mehr. Was man einsprechen kann, seien es irgendwelche Lippenstifte oder Wimpern, Kram. Ich kenne mich damit nicht aus. Da müsst ihr ja die Kamerafrau fragen, Francesca, die kennt sich doch wahrscheinlich besser aus. Aber im Grunde genommen ist es einfach so, du, wenn du eine Frau bist, kannst alles genauso einsprechen wie ich, wenn ich ein Mann bin. Und in dem Sinne, mach dir keinen Kopf, ob deine Frauenstimme oder Männerstimme gebraucht wird. Jede Stimme ist erstmal relevant. Du musst einfach nur für dich rausfinden, was macht dir Spaß und, ja, wofür möchtest du gerne sprechen? Ist deine Stimme thematisch relevant? Das ist die einzige Frage, die man sich hier stellen muss. In dem Sinne, wenn du eine Frau bist und du möchtest als Sprecherin starten, sei es für Kinderbücher, Werbungen, Erklärvideos, was auch immer, dann lass uns beide gerne miteinander sprechen. Geh auf www.goldenvoiceacademy.de und trag dich ein zu deinem kostenlosen Beratungsgespräch. Dort erkläre ich dir dann auch ganz genau, wie du eben als Sprecherin starten kannst, welche Schritte konkret eben dafür nötig sind und wie auch du in wenigen Monaten schon dein erstes Hörbuch auf Audible hast. In dem Sinne, ich freue mich drauf und wünsche euch viel Spaß, wünsche dir viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos. Bis dahin, dein Patrick.